Ja, herzlich willkommen zu unserem Vlog Rembo als Restrukturierungsratgeber. Heute geht es mal nicht um ein bestimmtes Thema oder um mich, sondern heute geht es um Sie. Wenn Sie Lust haben, in unserem Podcast mitzuwirken, dann würden wir uns sehr freuen. Wir suchen ständig nach interessanten Persönlichkeiten und interessanten Themen, denn wir möchten natürlich eine möglichst breite Zuhörerschicht ansprechen und nicht immer nur auf den gleichen Themen rumreiten. Wenn Sie also ein Thema haben oder Ihr Unternehmen vorstellen möchten oder Ihr eigenes Profil schärfen möchten, schreiben Sie uns. Dann laden wir Sie gerne ein zu unserem Podcast, der mittlerweile fast 10.000 Follower hat, worauf ich etwas stolz bin und der sicherlich auf Ihnen hilft, Ihre Positionierung zu schärfen und Ihre Reichweite zu erhöhen. Die Kontaktdaten sehen Sie eingeblendet am Ende des Videoclips. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.